Die kanadische Sängerin Elise Legros musste sich in ihrer Karriere von älteren männlichen Kollegen anhören, eine Diva zu sein. Elise Legros, 34, ist mit ihrem neuen Album Grateful zurück. Die kanadische Soulsängerin mit der Ausnahmestimme plaudert im Interview mit Spot on News über ihren Haarschnitt, ihre Liebe zu Vintage-Mode und Benachteiligungen als Frau in der Musikbranche. Was man dagegen tun kann, ist, für sich selbst einzutreten, sagt die selbstbewusste Künstlerin. Außerdem verrät die 34-Jährige, ob sie mittlerweile davon genervt ist, immer wieder mit Amy Winehouse, von 1983 bis 2011, verglichen zu werden. Sie haben eine außergewöhnliche Stimme. Wie hat sich diese bei Ihnen entwickelt? Elise Legros, ich danke Ihnen. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet. Ich habe schon sehr früh angefangen zu singen und einige der größten Sängerinnen unserer Zeit nachgeahmt, Patsy Klein, Etta James, Martha Reeves und Whitney Houston, um nur einige zu nennen. Und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis ich meine eigene einzigartige Stimme entdeckt habe, die sich, wie sich herausstellt, immer noch von Tag zu Tag weiterentwickelt. Sind Sie mittlerweile genervt davon, dass Sie immer wieder mit Amy Winehouse verglichen werden? Legros. Ganz und gar nicht. Das ist ein großes Kompliment. Sehen Sie Amy Winehouse als Vorbild? Legros. Ja, absolut. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Sie haben einen sehr ikonischen Haarschnitt. Schneiden Sie sich Ihren Pony selbst? Legros. Bis zur Pandemie habe ich meinen Pony noch nie selbst geschnitten. Es waren verzweifelte Zeiten, da die Friseursalons geschlossen waren. Aber ich glaube, ich habe das ziemlich gut gemacht. Wenn Sie mal wieder lachen wollen, sehen Sie sich mein Zeitraffer-Video auf TikTok an, das zur Melodie des Titelsongs von Mission Impossible läuft. Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? Worauf legen Sie bei Mode Wert? Legros. Mein Straßenstil ist sehr an die 1960er Jahre in Paris angelehnt mit kurzen Röcken und langen Jacken. Mein Bühnenstil tendiert eher zum New York der 1980er Jahre, mit breiten Schultern und Pailletten. Was mögen Sie an Vintage-Musik und Mode? Legros. 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 Vielen Dank.